Hallo, ich bin Timo Warnecke und hier geht es um das Schlagzeug. Trommeln und Becken sind uralte Instrumente. Ich habe hier eine Bassdrum, eine große Trommel, eine kleine Trommel, die Snaredrum, ein Becken und einmal die Hi-Hat. Das sind zwei Becken übereinander. Und so klingt das Ganze. Musik Musik ist eine Zeitkunst und mit den Schlagzeugklängen können wir die Zeit ordnen und strukturieren. Und es ist ähnlich wie bei einer Uhr. Ich habe hier so ein altes Taktel. Das Schläge wird relativ gleichmäßig. Und das gleiche mache ich mal mit dem Klang von der Bassdrum. Musik Ich wechsle den Bassdrum und Snare ab. Musik Und das nennt man ein Schlagzeugrhythmus oder ein Schlagzeugrhythmus. Es gibt unglaublich viele verschiedene Grooves und Musikstilistiken. Ich stelle mal ein paar vor. Musik 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 Das war ein kleiner Einblick. Es gibt noch viel mehr. Im nächsten Video werden wir uns nicht nur mit Klängen, auch mit Tönen beschäftigen. Und ja, ansonsten kommt vorbei, probiert es aus. Es gibt die Möglichkeit des Schnupperunterrichts. Vielleicht sehen wir uns. Bis dann. Tschüss. Musik Musik